Und ich krieg's natürlich ab, ne? Ihr könnt auch einfach raus nach links und dann ist er schon da gefallen. Nein! Ich hasse dich, du Penner. Wenigstens hab ich nix abkriegt. Eskortierst du mich an die... Ja. Toll! Super, Julia! Ich hab den doch wegge... Hab ich jetzt ein Leben verloren? Eskortierst du mich an... Weiß ich nicht. Eigentlich hätte ich eins verlieren müssen. Tch. Oh man, ich hasse diese Aufgabe. Tch. Eskortierst du mich an? Ich glaub, die Aufgabe war beschissen als die vom Jäger. Am besten musst du den erst anvisieren. Weil dann checkt der nicht mehr, dass ich noch da bin. Mist! Ich hätt's doch geschafft! Ach ja. Jetzt weiß ich welchen Weg erläuft. Jetzt weiß ich welchen Weg erläuft. Wo ist der denn hingelaufen? Wo ist der denn hingelaufen? Wann warst du denn da? Der nimmt den behinderten Weg, den man nehmen kann. Oh! Okay. Okay. Der läuft gar nicht zu dem einen. Das ist genauso, wie wenn ich Brötchen holen gehe und dafür in den Baumarkt fahre. Ich bin ein, was ich bin ein, was ich bin ein, was ich bin ein. Der denkt sich da vorne, oh ne, ich muss doch einen anderen Weg gehen. Dankeschön. Ege hat ne komische Farbe. Mensch, fühlen sich meine Füße besser an. Kannst du für mich hierauf aufpassen? Hat die Ege überhaupt nen Schwanz? Komm hierher zu mir zurück, wenn du den Kopfstoß gelernt hast. Dann zeigen wir den Erdwürmern was ne Hake ist. Was ne Hake ist. Okay. Wann können wir hier anstellen? Ich wollte mir grad anzeigen lassen, wo noch welche sind, aber Sparks ist ja nicht da. Irgendwo. Irgendwo. Da? Ah ja, stimmt. Okay. Gucken, ob das hier hingeht. Muss ich mir den Kerl da rausholen? Und ein Typ? Äh, die Küse? Oh, Gott sei Dank hast du die Tür für mich aufgebrochen. Ich dachte, ich müsste für immer da drin bleiben. Ich habe hier diese schicke Kugel gefunden. Nimm sie bitte. Oh, läuft. Nimm ich gern. So. Mhhh. Can. Machen wir jetzt gleich jetzt nochmal. Nur, dass wir unsere Edelsteintchen dahin holen. Ich weiß nicht mehr genau, wann wir abspringen müssen. Ah! Fuck. Auf jeden Fall so geht das. Da kommen wir nicht vor, oder? Okay. Schick das hin. Draußen hat grad jemand gepupst. Nein, verdammt. Aber es war knapp. Ich krieg das jetzt bestimmt hin. Ha! Das gleiche Stand ist auch passiert. Äh. Gib mir ein Leben. Hm. Schade. Gib mir ein Leben. Schade. Du bist ein Leben. Nop. Du bist ein Hecht. Ja, sehr gut. So, ich hoffe, das sind die letzten Edelsteine. Hollands. Ja, das ist groß. Gut, dann finden wir jetzt noch einen Edelstein, genau, und das ist der mit Yeyeyeyeyeiger. Gut, dann können wir uns jetzt hier aus diesem Edel... ...Lessl, Lessl, Fizzl, Schizzl, Mochizl, äh, verpieseln. Ähm. Äh, 55 Minuten. Nee, das mache ich, glaube ich, das nächste Mal. Der tanzt. Voll niedlich. Ähm, ja, jetzt kommt die schartige Oase. Mit den kleinen Niedpferden, glaube ich, oder? Auf jeden Fall gehen wir da jetzt schon schnell... Auf jeden Fall gehen wir da jetzt schon schnell hin. Nur, dass wir in dem Level drin sind. Schartige Oase. Ähm. Yo. Ich habe früher... Was heißt früher? Ich habe letztens immer schartige Oase mit Glut verwechselt. Das macht viel mehr Sinn. Wobei... Voll niedlich. Okay. Ähm. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss.